Ich fühle mich heute sehr gut. Wunderbar. Trotz Pandemie und schlechtem Wetter, gut. Einen guten Überblick über den Gesamtprozess und sein Fortschreiten zu haben. Einfach, transparent und schnell. Dass ein Bewerber gut vorbereitet ist. Ein echtes Gefühl für die Person zu bekommen. Von den Companies wünsche ich mir Offenheit. Eine klare Kommunikation. Wenig Politik. Ein Interesse für das große Ganze. Ein Team, das gut miteinander zusammenarbeitet. Einfach machen und nicht so viel schnacken. Spaß an der Arbeit. Herausfordernde Aufgabe. Teamfähig. Geiles Produkt. Leidenschaftlich. Gleiche Werte. Kommunikativ. Fokussiert. Professionell. Agilität. Loyalität. Flexibilität. Authentizität. Diversität. Mut. Die Personalberatung sollte möglichst unkonventionell sein. Bei einer Zusammenarbeit mit einer Personalberatung ist für mich natürlich erstmal wichtig, dass man sich gut versteht. Dass unsere Bedürfnisse klar sind. Das ist mir ganz wichtig, dass man einfach Menschen zusammenbringt, die auch zusammenpassen. Eine Personalberatung muss mich verstehen und meine Anforderungen verstehen. Skillfisher ist besonders. Ist auch außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Personalberatungen, weil genau diese emotionale Intelligenz eine große Rolle spielt. Skillfisher mag ich vor allem. Es ist ein Team, das sehr individuell auf meine Bedürfnisse eingehen kann. Ich finde Skillfisher sehr frisch, sehr neu, sehr jung. Es ist mal was anderes auf jeden Fall als die typischen Personalberatungen. Dabei gefällt mir natürlich der Look von Skillfisher extrem gut. Es strahlt aus meiner Sicht eine sehr, sehr zukunftsfähige, digitale Brand aus. Skillfisher steht für das Zuhören, Verstehen und das Möglichmachen. Wir sind keine Datensammler. Wir sind professionelle Netzwerker. Das ist unsere Passion. Das ist Skillfisher. Wir bringen das zusammen, was zusammengehört. Wir bringen das zusammen, was eben die Technik und 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 die Technik. Untertitelung des ZDF, 2020